Was machst du wird das stehen Willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking Hallöchen Wie er gelacht hat der Kollege Denk dran im Warmbach schießt man nicht, ermessert man nur Das ist ganz wichtig Ich glaube da will wieder jemand gekniftelt werden Richtig das richtig Oh das ist ein Bot Ne, ein Bot ne helfe ich nicht Das wäre das geilste Spiel der Welt gewesen mit den Jungs Was fuckt mich jetzt ab Guck mal die Ranks Das wäre ein Easy-Up-Rank-Match für mich gewesen Ich nehme jetzt schon 8 Minuten auf 8 Minuten Mit nichts in der Hand Außer nem Kätzchen Da ist da was am Nein, wisst ihr jetzt ist gleich wieder Livestream 18 Uhr Livestream Kommt alle dazu Es gibt wieder Giveaways Es gibt Viewer Games Es gibt Spaß ohne Ende Schokolade Spielzeug Katzen Alles Um 18 Uhr Und jetzt ist schon 14 Uhr Und das Spiel fängt erst an Ich meine ich nehme jetzt vorneweg 45 Minuten auf Vielleicht eine Stunde Und dann schnipple ich nochmal Schöne Stunde oder zwei dran Dann wird es eng Kann ich direkt wieder die Qualität runterstellen Ja super Freue ich mich drauf Macht Spaß Hab ich jetzt gerade Eben war ich der Erste Von allen Auf einmal Wow Komm mit Gisela Du schießt Let's go Gisela da kommt einer Gisela what the frick Please Ich hab zwei Gislas Oh mein Gott der ist so tot Hm Du auf den bin ich jetzt sauer Gisela und Gisela Zwei Guselas Da ist noch Frank Sehr gut Und da ist Anastasia Alter ich bin voll der Gluckenfather Da ist noch jemand What No Please don't shoot at me I have kids Come on Oh die Hühner Hello team Komm schon Bitte sagt was Oh mein Gott Vom geilsten Team der Welt Zu den Beuteln Guck dir die doch schon mal an Casual name Das ist doch nix Man muss be long left side Oh Es fängt gut an Es wird ein super Spiel They're going A now Two Little room with Womp Oh Na ja schauen wir mal Also letztes Mal hab ich glaube ich auch auf Kurbelstein gespielt Ne Schade dass vorhin das Spiel nicht ging Oh Alter nice Hat der den gerade gepimmelt Wie hat der Hä War der angeschossen oder was Oh Alter Guck mal wie wir den zerlegen Übrigens hier auch noch ein herzliches Willkommen an alle Giveaway Teilnehmer Und generell neuen User Schön dass ihr da seid Ich kann euch den Stream wirklich nur wärmstens ans Herz legen Heute Abend um 18 Uhr Bis ungefähr 21 Uhr vielleicht Ja ja 21 Uhr Wir haben am Dienstag voll überzogen Da haben wir dann anstatt bis 21 Uhr locker mal bis 0 Uhr gemacht Oder fast 0 Uhr 2 gegen 2 Nice Alter Hedl Ist Oh shit Jetzt hat er sich aber arg weit vorgetraut der Kollege Nein 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 Ach Da sind wir aber auch zu kackig geworden Der Kollege geht einfach Mitte vor oder wo er war Das ist halt auch keine gute Idee Ich finde wenn man Den Vorsprung hat Und irgendwann fangen die Teaser dann auch an Aus ihren Ecos was herauszunehmen und zu kaufen Dann sollte man Ja schön langsam weitermachen Und nicht kaki werden Nicht kaki Nicht kaki farben werden Das ist natürlich auch eine brillante Idee Jetzt eine AWP zu kaufen Wo drei Leute nichts kaufen können Oh sehr schön Sehr schön Die AWP hat sich gelohnt Alles klar Ich hab nichts gesagt Sehr gut Das hat sich sowas von gelohnt Alter Ich bin jetzt zwar durchgehend am callen Aber das Es hilft Es hilft Die Waffe brauche ich Ah 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 Oh danke für den Krieg Wahnsinn Der möchte nicht herkommen Ah Mensch So los Die haben Angst Die haben einfach Angst Nice Jungs Ey ich krieg keine Kills mehr Aber die Jungs reißen mir brutal strein Alter krass Ich krieg nichts Nichts mehr Ich seh keinen einzigen Feind mehr Nicht den Klangweilig Jetzt kommt Bei mir kommt keiner mehr Sie gehen wieder auf A Naja Und na also Jetzt passiert auch was Wahnsinnig cool So war jetzt mal die Jacke ausgezogen Ach komm die Diegel nehm ich da Jetzt geh ich halt auch mal Drop hoch Wenn wir keinen Dropspieler haben Verdammt der Scheiße nochmal I think B is clean Gotcha bitch Haha Oh yeah Bomb down Dragon Law Can drop your Diegel Oh Oh shit Er hat die Bombe gekriegt Und den anderen gekillt Wo hat er hingeschossen Shit Das wäre echt ganz nett gewesen Hätte er sich mal irgendwie eine Waffe genommen Oder hätten sie zumindest Von Anfang an Diegels gekauft Oder irgendwas Vielleicht kriegt den ja trotzdem Ich würde jetzt durchrennen Alter ich würde sowas von durchrennen Guck mal er hat auch nicht mal ein Kit Da kann er nicht rumschleichen Die Runde lief so gut an Ich hab drei Leute geschniedelt Und die Kollegen kamen langsam Aber sicher von hinten Es sah eigentlich super aus Da oben war Oh da oben war Na ja er hat schon verloren Das reicht nicht mehr Ach das ist einfach dir Das ist einfach dir Er wusste ja ungefähr wo er war Er hat ja eben noch seinen Kollegen gekillt Und dann halt nicht ranzugehen Dazu langsam rumzukacken Und sowas Ich weiß Und dann wiederum den nächsten Fehler zu machen Wenn man keinen Kit hat Dann rumzuschleichen Was soll man machen Was soll man machen Jetzt gibt's den Deckel Truff Alter Bomb is a long now He is going At least one more Oh der hat den gekillt Der Sack Hat mir den geklaut Immerhin hab ich den Hab ich den Den Diffuse bekommen Aber kill mäßig Will's gerade nicht so richtig Oder Geht's hoch Purple geht auch vor Ha 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 Oh er war nicht geflasht Oh Kam die Flash nicht an Die war doch recht prickelnd Oder er hat sich wahrscheinlich Weggedreht halt Mist Komm renn hinterher Der hat nur 1 HP Schade Mann Diese Die Leute haben kein Gefühl für Zeit Es kommt einem zumindest so vor Als wüssten sie nicht Wie Zeit funktioniert Man kann sich selbst So ein schönes Timing verschaffen In solchen Momenten Man weiß dass er low HP ist Und dass er die Bombe hat Das heißt er wird nicht großartig Noch rumcampen Wenn er kein Vollidiot ist Sondern er wird auf den Plant gehen Hochgehen Der letzte City ist irgendwo Bei belong gecallt Das heißt er geht auf A Es wird zu wenig nachgedacht In solchen Momenten Da wird dann geschlichen Und ah ich muss langsam Natürlich kann es passieren Weil der Gegner etwas Extrem unvorhergesehenes macht Aber man geht Oder man hofft natürlich Dass sie eher Dinge machen Die halt Ja die man machen würde Die besser sind für sie selbst Die Jongen Star Egal Sieg muss reinkommen Hopp Oh fuck Oh Last one mit Sorry No ammo No ammo Ja Also die Kommunikation ist on point Stone Stone Cover Long please Ja he's long Last one's long Nice Oh Nur mit grünen Nice Die Jungs sind cool drauf Komm die sind auch Die sind genauso cool wie die vorhin Immer mit grün unterwegs hier Oh grün Was war das War das so pupflig Schon wieder in der Assist Okay Gut Warum auch nicht Warte Behind 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 Oh fuck 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 Nice thanks Scheiß die Wand dann ey Fast hätten sie mich wieder beim Planten erwischt Das gibt's doch gar nicht Verreck ich einfach Im Livestream ist ja schon fast ein Insider Ich geh drauf mit der Meute Sag na Leute bitte check den Spot Ich sterb Oh oh sorry sorry Was ich bin der Einzige der stirbt Der Rest kann coole Kills machen Und kann die Bombe legen Und ich bin dann tot Kann ich noch ein Connector Lass mir auch noch einen Bitte Alter Wumm So 34 Punkte Nicht mehr so arg weit entfernt Von den 50 Geh ich raus Neben mir steht nämlich einer Ich hab ihn gehört Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Stopp Aber gut sie haben es geholt Scheiß drauf Solange es geholt ist Das ist egal Nach 12 Punkte Dann sind die 50 gefüllt Gehe ich ihn noch geschwind Hingeschissen So jetzt smoke ich für mich Schon mal so ein bisschen Wunderschön Da hat er mich eben Sehr schön defended Der Kollege Sehr schön Jungs Sehr sehr schön 44 Punkte Bam Noch 6 Warte kurz Warte kurz Haben wir ihm verloren Wer jetzt zwar nicht untertrage Ich werde ich die Punkte Also die Zeit Um sie zu machen Eben braucht Oh One still drop Alter Hieß low In drop Sehr schönes haben sie im Griff Naja jetzt habe ich halt nur Ein assist bekommen Das ist jetzt leider nur ein Punkt Damit wir schon mal das Draw sicher haben Das ist schon notwendig Nice Abgefackelt Timing Timing Where you got those papers One connector I'm coming I'm coming It's down It's me It's behind me Ach du scheiße Jeepers Creepers Where you get those papers Jeepers Creepers From where you get those E's Nein mir fehlt noch ein Punkt Leck mich doch Komm schon Ich meine natürlich Hier gibt es für euch natürlich auch wieder Einen Skinnerini zu gewinnen Guck mal wie langsam das noch nachlädt Alter wie weak ist und das Ja einfach folgende Frage beantworten Habt ihr oft Runden bei denen ihr die 50 Punkte Oder gar mehr erreicht Ist es bei euch normal Eher selten der Fall Oder sogar eher Sehr oft der Fall Einfach in die Kommentare reinhasseln Ihr wisst Bescheid Vielen Dank für eure Aktivität Vielen Dank fürs Zusehen Das hier ist keine Icarus Fell Warum lädt denn das nicht gescheit Guck mal Ich meine die Ziger sind geil Aber das ist Da stimmt das nicht Ich glaube ich habe ihn überfordert mit dem rumziehen Livestream Jetzt 18 Uhr Kommt dazu Es wird spaßig Ja Vor allem eben die Leute die mit mir spielen wollen Die immer wieder schreiben Hey wie kann man mal mit ihr in Verbindung treten Livestream Boom Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr Und jeden Freitag ab 22 Uhr Da wird zusammen gespielt Da gibt es immer Gipways Da gibt es alles mögliche Bis jetzt im Stream Ciao Outro